hallo ein kleines vorwort von meiner seite das hier ist einfach best of ich habe eine stunde wölfe gefarmt und das ganze video was im hintergrund gerade seht ist vorgespult das ist die gesamte stunde in der wölfe gefarmt habe am ende kommt noch ein kleiner cut ich habe mich einfach ein bisschen musik drunter gelegt heute wirklich noch mal ganz kurz wegen den letzten video ich habe mich ein paar mal versprochen ja das sind natürlich auch fluss an der insel kürbisse und keine melonen ja und ihr soll beacons für drei millionen verkaufen und für 2,5 ankaufen einfach noch mal ein paar sachen die ich im letzten video falsch gesagt habe auf die seite zu drücken ansonsten das hier ist eine stunde wolfslayer ihr werdet mich definitiv am ende noch mal hören wo ich nochmal ganz kurz drüber gehe über das was da wie viel kompetenzp ich gemacht habe da werden screenshot einblenden über wie viel kompetenzpick von anfang an hatte ich werde am ende sagen wie viel geld gekostet hat noch für die stunde slayer und 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 das ganze video wird weitere serienteile haben bedeutet kommt noch in drei stunden sechs stunden in zwölf stunden und ein 24 stunden video wo ebenfalls der lud von der erste stunde mit rein zählt heißt wenn ihr die serie und das schützen wollt das video gerne leichter oder sonst irgendwas kommt gerne dabei ja das wort übrigens live gestreamt auf twitch twitch.tv ist leichter sehen die 1 für leute die es interessiert und jetzt würde ich sagen dass wir euch in ruhe mit ein klein wenig schöner musik und dass ich das mal ein bisschen das slayer video gucken und wir hören uns danach wieder bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020